Hallo und herzlich willkommen zurück ihr Nudels bei Counter Strike Global Offensive mit mir, dem Basti und wir schmeißen jetzt mal die Bombe weg. Können wir grad gar nicht gebrauchen. So, wir spielen leider wieder auf das 2. Ich glaub ich muss die mal aus der Playlist löschen, dass die nicht mehr drankommt. Weil ich glaub das fünfte Mal oder so hintereinander macht auch keinen Bock zuzuschauen. Naja, lernt man die MyWaste ein bisschen kennen. Ja. Sorry für das Husten zwischendurch, weil ich erkältet. Nice. Nice, nice. Ja, dann ist die erste Runde auch schon unser. So. Das, 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 da, das, das, das. Ja, das reicht erstmal. Ja, die müssten noch Echo haben. Ach so. Wir sind doof. Ich bin doof. Ja, den verteidigen ja gar nicht. Ja. Ich bin doof. Wenn, ganz Nioh, nach's. Ja, nice. Zweite Runde geholt. Immer noch wir sind positiv. 1 zu 0 meine Damen und Herren. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Alter, mach den Gangstern. So. Ist das lang, ne? Glaube ich, ja. Ich kenne mich nicht so ganz mit den Begriffen aus. Oh, oh. Piss dich. Na toll. Ist gerade voll hinten. Ja, ich habe gerade mit Robin was aufgenommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf. Das wird, aber auf jeden Fall sage ich euch, es wird sehr cool, wenn es kommt. Frage ist halt nur, wann. Vielleicht kommt es auch schon heute. Also ich nehme gerade am ja 2. Dezember auf, ja. Weil es Weihnachten, Leute. Weil es Weihnachten. Dann geht ab. Ja, aber gut. So, Leute. Nicht schwächeln. Wieder A wollen sie gehen. Das finde ich aber irgendwie ein bisschen unklug. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für ein Scheiß, ey. Was gehen die auch? Ah. Jetzt liegt die Scheiße. Jawohl. Steht rechts um die Ecke. Links. Ach, Alter. Die ersten zwei Runden waren so gut. Ja, Galil. Ja, Galil. Auf rechts hin kann mit dem Ding nix. Na toll. Alter, das darf nicht wahr sein. Alter, schieß doch ruhiger. Jetzt pushy dich. Jetzt ist das verkackt. Nice. Schafft er eh nicht mehr, wir hatten noch 37 Sekunden, der geht gleich eh drauf. Gut, was? Okay. Ganz ruhig. Alter, die Bombe geht hin. Wo geht ihr hin? Ausatmen. Blitzig. Vielen Dank. Fuck you, Alter. Bam! Ja? Ich hab'n neuen Rang erreicht. Cool. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Ich muss jetzt erst mal Spielheil überstehen. Er hat doch noch nie alle Echo, oder? Geht die Bombe B? Geht die Bombe B? Geht die Bombe B? Geht die Bombe B? Stand der da? Ich hab' den nicht gesehen. Verdammt, ey. So ein Scheiß. Sorry. Sorry. Kacklatsch, mach's besser. Ach, ey. Silent Ghost, was hat er? Na, ich bin sogar Teamführende, du Nobelkoppel. Kacklatsch, was hat er denn jetzt hier für eine Aktion? Was geht der denn jetzt hier alleine? Oh. 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 Da wollte ich zu viel. Schade. Schade, schade. Oh, kriegen wir jetzt wohl eine Klatsche? Sieht wohl ganz danach aus, Leute. Ich habe eine Echo. Aber ich werde jetzt bei B-Planten gehen. Das werden wir tun. Oh, shit. Oh, Leute. Boah, ich sage viel zu wenig gerade. Das ist ein Display. Ich muss eigentlich die Leute unterhalten. Hallo? Ja, ich glaube, ich gehe drauf, oder? Ne, 6 HP habe ich noch. Zack, zweiter Sterne gesichert, Freunde. Einfach so hingegangen, geplantet und zack, geht der Fisch. Ba, tatatatatatz. Und so. Das war irgendwie nicht so ganz das, was ich sagen wollte. Aber egal, es drückt meine inneren Gefühle aus. Ach, ja. Die gehen wieder A, alles klar. Meinen Sie echt nach dem einen Run? Denken Sie, wie geht's? Das wird nix. Verschieb doch nach B. Zack. Auf geht's. Boah, man hat ein Sneaky Buster, ey. Nein. Ach, Mr. Burns heißt er, nicht Mr. Buns. Alles klar. Scheiße. Scheiße. Mann. Ich will keine Klatsche kriegen. Sieben, sieben. Was ist da los, Team? Meine Augen tränen. Ich rüber. Ich rüber. Ich rüber. Was ist das? Vielen Dank. Das gibt's nicht. Wo kriegt der mich denn? Scheißspiel, ey. Boah. Alter, war das schlecht. Ey, war das schlecht. Ja, komm, Pro90 ist am Start. Hm. Ich pushe den jetzt hier, die Awe. Ja. Okay. Nee, dat wird nix. Dat wird nix. Ja, kriegst du hundert Pro. Hundert Pro! Ey, ist ja auch nicht der Zettel, muss ich einfach nur eine Bombe vercampen. Mehr muss der gar nicht machen. In den 24 Sekunden kriegt er das nicht hin. Auf keinen Fall. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Jetzt wird doch kein Echo jetzt gerade machen. Fuck, da pusht der... Der hat doch nicht direkt... Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, meine Damen und Herren. Komm, das holen wir ja wohl, oder? Nice. What? Tatsache. Gehen, Papi. Okay. Okay. Boah, heute ist der Wurm drin. Der Wurm ist einfach drin. Ja. Scheiße, ey. Das ist so zu melden. Nice. Nice. Da rennen unten rum. Weißt du, anstatt die Leute einfach nur spielen zu lassen, ja? Der hat sogar einen Stern. Warum will er die rausschmeißen? Steht locker oben rechts im Loch. Ja, wusste ich's doch. So, jetzt spiel ich einfach nur auf ganz safe. Ich mach jetzt einfach gar nichts Großartiges. Ich mach jetzt hier wieder den Camper. So. Ne, ich mach nicht den Camper, ich spiel auf richtig safe. So nennt man das in Fachkreisen, ja? Yo. Was ist ein Fink? Das ist echt ein Scherz. Alter, was ist denn das für ein Scheiß, ey. Ich rutsche voll ab. Ein Teamwechsel ist jetzt. So, jetzt wollen wir mal dreißen, Freunde. Ausslippen. So, jetzt wollen wir mal dreißen. Oh oh. Alter, echo, 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 oh, echo. Nee, wir verstehen uns, Kollegen. Wir verstehen uns. Oh oh. Okay. So, jetzt kommen wir mal dreißen. Und dann kommen wir mal dreißen, Freunde. Okay. 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 Ich bin kein Sniper, keine Ahnung. 100 Pro, die gehen jetzt ab. 100 Pro, die gehen jetzt ab. Ich bin kein Sniper, keine Ahnung. Ich bin kein Sniper. 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 ice. nnn. Ah, schade. Der steht nur in der Kiste, kann das sein? Schade. Ja, holen wir uns nochmal die Fuse-Kit. Was hat der geschrieben? Fast. Ja, vier Leute gehen B. Der will schon 100 pro Ansagen. Ja, pause. Ja, ff. Oh Leute, die Stimmung war angespannt, aber ich bin gekommen, hab die Situation entschärft und bin wieder gegangen. Ja? Bäm! Einfach so hab ich ihn gekillt. Boah, bin ich ein König, ey. Vorletztes im Team, Alter, bin ich ein König. Hui! Hey. Alter, überhaupt nicht am Längen, der Typ. So macht man das hier nämlich, ja, so läuft das hier. Zack, da kommst du, da gehst du konsequent an die Sache heran, da machst du klatsch, klatsch, klatsch. Hm. Boah, ich bin wieder zu spät für so weit, ey. Schwierig, ich laber nur Scheiße. Oh ja. Boah, bitte lasst uns gewinnen, das hätten wir uns richtig verdient. Spielt ihr mit Autosniper, der kleine Nubel? Die Bombe ist schon down. Was hab ich gehört? Nur wo ist er? Okay. Kann auch sein, dass ich irgendwas anderes gehört hab. Boah, die tun langsam in den Ohren weh, die Dinger. Alter Vater. Yo. Ja, super Smoke. Ja. Nix go long am Arsch. Ich wache jetzt hier die Bombe. Bäm. Da ist ja der dritte Stern. Ratatatzung. Oh ja. Oh ja. Warum bin ich Vorletzter? Kannst du mir verraten hier? Leute, was soll das? Ich bin Vorletzter. Ich hab drei Sterne, ja? Ich hab das Team grad gecarried. Alleine. Ja, die Auge gemacht hat. Der Typ ist echt gut mit seinem Teil. So, mal mag mich keiner. Warum gehen die nicht zu B? Ist ja ein bisschen uncool. Sind schon wieder alle tot. Ja! Wir können schon aber nicht mehr verlieren, Leute. Wir können wieder auch einen Unentschieden raushauen. Aber, alter, die Kopfhörer, ne? Ja, ein bisschen Lohn gehört halt dazu. Jetzt gehen sie B. 100 pro. Letzte Runde. Jetzt versuchen sie. Jetzt versuchen sie. Ja. Ja. Oh. Da überlassen wir jetzt nichts mehr im Zufall. Ja, ja. Nice. Da war ihr Letzte. Diffuse. Ach, Jungs. Ihr seid... Das war ein geiles Spiel. Das wir das nur gewonnen haben. Boah, das war... Das war verdient. Sagen wir, das war verdient. Achso, und ich krieg nix? Okay. 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 Kann ich mit leben. Kann ich mit leben. So. Naja. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hatte auf jeden Fall... ...den Stift am Rücken gehabt, dass wir das doch verlieren. Aber es ist doch noch alles gut gegangen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Counter-Strike. Und eure Fans, ihr macht's gut. Tschüss! Und dann geht's. Vielen Dank.